So I say thank you for the music, the songs I'm singin' Herzlich willkommen, ihr Freunde, zu einer neuen Folge Erkennst du den Song zu einem, ihr seht schon eine Strohhalm hier, Mallorca Special. Wir haben auch einen tollen Gast, der kennt sich mit Malle-Musik richtig aus. Einen großen Applaus für Axel! Mahlzeit! Axel, wie geht's dir? Gut. Ja? Muss sein, ne? Ja, wir spielen Erkennst du den Song, der Miggi wird uns jetzt ein paar Songs vorspielen. Und wenn wir wissen, wie der Song heißt und wer ihn gesungen hat, drücken wir auf den Buzzer und raten fleißig mit. Ja, der Erste, der fünf Songs erraten hat, gewinnt dieses Spiel. Und wenn ich zum Beispiel eine Falschantwort geben sollte, dann muss ich für diese Runde aussetzen. Ihr könnt natürlich auch live im Studio dabei sein und eine Wildcard gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur euren Lieblingssong, euer Alter und eine gute Begründung in die Kommentare schreiben. Und dann wählen wir euch vielleicht sogar aus, wenn ihr kreativ seid. Dennis, wer machten ihr heute überhaupt mit? Sollen wir mal die Vorstellungsrunde einleuten? Ja, machen wir mal die Vorstellungsrunde. Ich bin Benni, 27, und ich züchte Läuse. Mein Name ist Axel, ich bin 23, und mein erstes Mal hab ich für 30 Euro in Mannheim bekommen. Ich bin Dennis, 27, das ist für mich der falsche Case. Ich bin raus. Das ist die Geschichte von Jonny, Jim und Jack. Die durstigen Kollegen sind, die haben mal einen weg. Der Jonny steht auf Walker, der Jim trinkt Lehmau-Bim. Und Jack, dem alten Sack, stellt man am besten ... Ich kenn den Song, aber ich weiß nicht, wer singt. Ich weiß schon. Rick Arena, Radler ist kein Alkohol. Rick Arena? Radler ist kein Alkohol! Ah, wer ist das denn nicht? Ich hab gewusst, also, ich bin immer betrunken, wenn ich so was hör. Aber ich hab gewusst, wie's heißt, aber ich wusste nicht von wem. Wir reiten zusammen! Hände zurück. Das rote Pferd. Das rote Pferd. Von ... Ah, äh. Oh. Ich weiß es. Hände weg. Von ... Oh, nee. Das rote Pferd von Markus Becker. Mann! Der hat sich schon nach oben gekehrt und hat mit seinem Schaden die Träger gewährt. Tobi, die Idee war gut, aber der Interpret war's mir. Ja, daran fehlt's mir halt. Ich kann dir sagen, wie's heißt, aber nicht von wem. Dürfen wir zusammenarbeiten? Nee, das geht gar nicht. Ab einem bestimmten Punkt arbeiten wir zusammen. Da flüstern wir uns gegenseitig. Interprettitel. Richtig. Dieses Gefühl, das wird ... Ach, come on, ey! Die Atzen, das geht ab. Das geht ab! Was machen wir denn? Wir feuern die ganze Nacht! Ja, was machen wir? Ja, was machen wir? Als die Atzen modern waren ... Da gab's mich schon. Da gab's mich schon. Soll ich zeigen, wie Dennis immer Mädels angetanzt hat? Ich geh mal kurz zum Dennis. Dennis ist das Mädel und ich bin Dennis. Dann tanz mal so ein bisschen. Da ist Dennis immer so gekommen. Hey, hey, was geht ab? Dann hat Dennis immer so gemacht. Das stimmt gar nicht. Liebe Fahrgäste, hier eine aktuelle ... Nee. Das ist doch hier, Jürgen Milski, 18 bis nach Istanbul. Nee. Jürgen Milski, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Hab ich's doch gesagt. Hab ich's doch gesagt, oder? Nein. Du hast gesagt, die 18 bis nach Istanbul. Ich hab das noch gesagt, Tobi. Nein, du hast gesagt, die 18 fährt nach Istanbul. Heute, an diesem Tage fährt die 18. Jürgen Milski war schon mal bei uns, Axel. Ja? Ja, der ist ein ganz netter Kerl. Ja. Kölsches Original. Oh, mir fällt der Name nicht ein. Jenseits von Eden, von ... Nino de Angelo. Michelangelo. Lino de Angelo. Nino ... De Angelo. De Angelo. De Angelo. De Angelo. Ja! Danke, gell? Einer deiner Lieblingssongs? Einer, auf jeden Fall. Axel macht den Anschlusstreffer. Ich stehe auf, die Welt ist grau. Schon wieder ... Willi Herren, Wapp Bapp. Ey, Alter, kennst du ja wirklich alles? Da-da-di-da-da. Hat Wapp Bapp gecovert? Ich auch nicht. Da-da-di-da-da, Wapp. Der kleine Ananas, ne? Kommt gleich zu mir! Willi Herren hat Wapp Bapp gecovert? Leute, hang eurem ... Morgens, Mittags, Abends, Saufen von, ähm ... Ja, ja. Ingo ohne Flamingo. Saufen, Tobi, oder Saufen, oder? Das ist mein Opening Beat. Du musstest kennen, was war das? Ich wollte die Hände so nach hinten machen, und dann hab ich halt irgendwie vergessen. Das ist ja schade, weil das ist ja dein Song. Matchball. Die Hände zurück, es gibt's einen Strafraum. Soll ich hier stehen? Ich bin auch so, ich stehe jetzt hier. Okay, dann stell ich's da hin. Und dann ... Beethovens Sinfonie. Ach, die Vierjahrezeiten, du! Vivaldi. Wo spiel? Das wird auf Balle gespielt? Ich finde, das include видео. mem- fantastische Musik Das Ils-Kopteronsinis Grund für Suppe Der Zaletopter-117. Wie heißted denn? Ich? Tobi. Awesome, cool colorERE two Mon- Siri! The Helicopteronsinin Cauendes ein bisschen elizier eine Strasse wizard hat ist das alte Bild aus der Kinderzeit. Währends an usar Hallo, das größte Ziel in dem Sinn. 12 Points goes to Germany. Benni und ich sind im Dezember auf dem Pur-Konzert der Lanzess-Arena. Benni, Hände wieder vorne hin. Stopf und Schnaps. Schade. Alexander Markus Papaya. Ach, was? Krass. Krass, ne? Kennst du Alexander Markus? Ja, aber ich kenn nur Elektriker. Ganz tolle Mucke. Oh, 4-3-3. Ich geh heut. Na, tanzen gehen. Beatrice Egli, mein Herz. Beatrice Egli. So wie ich dich seh. Auch wenn ich heut durch die Hölle geh. Mein Herz ist fremd, soll ich tanzen. Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Ich hab gewonnen. Glückwunsch. Ich mach ein paar Folgen nicht mit, dann komm ich. Ja, aber guck mal, du hast ja bei einer Malle-Folge mitgemacht. Du warst ja genauso oft auf Mallorca wie ich. Nee, aber ich hör das ja nicht so privat so. Tobi, willst du mal anfassen? Ja. Fühlst du schon gut an, oder? Massivgold. Nein, das ist voll leicht. Ja, Gold ist fair. Liebe Freunde, ihr wollt mal an der Excel-Stelle stehen, dann schreibt mal in die Kommentare euren Lieblingssong, euer Alter und eine gute Begründung. Und ich würd sagen, ich geh jetzt in der Konzert von Vivaldi und hör mir das lieber an, statt diesen Scheiß hier. Tschüssikowski, Mahlzeit! 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 Oder Tobi, wir machen noch ein bisschen Party hier. Ja, also auf jeden Fall, ich seh schon da draußen, das sind die Eskorte, die ich vorhin bestellt hab. Susi, Esmeralda, take a place, yes. Scheiße. Ja, Mann! Ja, Mann!